So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Brick for Ost heute auf der Map. Saraios gegen Mitfil1235, gegen Yoda32. Los geht's. Nicht wundern, wenn ich heute ein bisschen komisch rede, aber ich bin ein bisschen, also ziemlich erkältet, deshalb. So, schauen, ich lade nicht mehr. Drüben scheint schon jemand zu sein. Ah, das ist der Yoda. Scheiße, das war jetzt ein bisschen kacke. Geht in Deckung! Geht in Deckung! Geht in Deckung! So, den hab ich jetzt getroffen mit der Nate. Das freut mich. So, der ist da drin Selfkill gemacht, also. Ja, aber das scheint nicht ganz gut, diese Fill1335 und wir spawnen die immer so nah hier. Geht in Deckung! So, da ist vielleicht nicht mehr so weit, wenn ich jetzt Hadi packe an dir, ist es noch beängced. Gut, hier ist wit, dass wir nicht mehr so nicht mehr Abonnenten, wenn ich anfangen möchte. Lass이� serves uns nachdenk gözem Leben erst mal dafür. Ja, also die geilste... äh, nicht die geilste... die Weltraummätze sind richtig geil, find ich, also... Ah, das schießt wie durch Spawnschutz, diese Noob... Ah ja... Ich bin nicht da eingespielt, also... Habt ne Ausrede, wenn's nicht so gut läuft... Ich bin dumm, der ist da runtergegangen, was machst du? Oh, ich glaub, der kommt jetzt davon, davon, davon heraus... Ja, der wirft Nein zu! So, das war jetzt ziemlich lustig... ... Oh, ich seh die mich nicht, ich hab kaum HP mehr... mehr. Nein. Naja, aber er hat eine negative KD, also ist das nicht so. Jetzt schreibt ihr hier gerade in den Chat rein hetero. Ich weiß nicht, was der da meint. So, der kommt jetzt bestimmt wieder raus, von da. Nein, da war er nicht. Aber von irgendwo muss er ja kommen. Ja, da ist er. Und, der hat mir drauf. Nein, das war jetzt richtig kacke. Das ist jetzt Spaß, wie wir oben drin. Naja, getroffen ist getroffen. Was macht der, der ballert noch auf der Leiche rum. Was bist du für einer? Der hat den wiedergekillt. Der hat den wiedergekillt. Ich hab keine Wobbys mehr, ich hab keine Wobbys mehr, ich hab keine Wobbys mehr, ich hab keine Wobbys mehr. Ich hab keine Wobbys mehr. Ich hab keine Wobbys mehr. Kacke, Kacke. Naja, es leckt auch ein bisschen, also. Ich hab keine Wobbys mehr. Ich hab keine Wobbys mehr. Geht in Deckung! Nein! Hat er sogar noch einen Doppelklick gekriegt! Geht in Deckung! Geht in Deckung! Ich glaube einfach mal hinter ihm her ist. Ich schätze mal, da vorne ist er schon wieder. Der tut immer da vorne, geht er immer rein in dieses Loch da unten. Okay, bei dem leckt es auch etwas, etwas, etwas. Geht in Deckung! Der macht noch mit Anfangs nicht 40. Okay, meine KD ist auch nicht die beste 12 Kills 8 Downs, aber... Immerhin. Ich auch 2 gegen 1, also. Geht in Deckung! Kanate, 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 Kanate... Kannst ja eigentlich jedenfalls nicht machen mit denen, die haben ja einen Radius von 80, äh, von... 60 Prozent, glaube ich. Ja. Haben den schon wiedergekriegt. Das finde ich mal ein bisschen Spaß haben, ne? Ja, er hat ihn gekriegt. Der ist gut. Er hat noch Anfängerrang. Aber wahrscheinlich hat er sich... Ist... Ist... Ist eigentlich... Hat er schon einen ziemlich hohen Rang und spielt jetzt mit... Hat ein zweiter Kanan sicherstellt. So, das war's auch von meiner Seite mit dem LP hier. Also es wird schon zu lang, aber... Jo, und schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und abonnieren nicht vergessen. Jo. Ciao, bis zum nächsten Mal.